Ich freue mich, dass Sie sich heute mit mir zusammen etwas Gedanken darüber machen möchten, was Apologetik ist. Apologetik kommt von dem griechischen Wort Apologia, die Verteidigung des christlichen Glaubens. Und wir wollen uns den einzigen Text im Neuen Testament anschauen, in dem dieses Wort vorkommt. Und von daher stammt auch das Thema für heute, nämlich sanfte Apologetik. Diese Formulierung habe ich entlehnt aus einem Text von Petrus, der in seinem Petrusbrief Kapitel 3, 14 bis 17 etwas darüber sagt, wie wir uns als Christen mit Menschen auseinandersetzen sollen und dürfen, die andere Auffassungen haben, die das, was wir denken und glauben, sehr kritisch sehen. Ich darf den Text zunächst mal am Stück vorlesen. 1. Petrus 3, 14 bis 17. Seit jeder Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch die Gründe fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das könnte für sich genommen unser Thema sein, aber ich möchte im Textzusammenhang lesen, was Petrus vorneweg schreibt und was er uns hinten dran schreibt. In Vers 14 schreibt er scheinbar über ein ganz anderes Thema, wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Dann eben seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch die Gründe fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und dann weiter. Und das mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Petrus beginnt damit, dass wir um der Gerechtigkeit willen leiden. Für Petrus wie für andere Schreiber des Neuen Testamentes ist es ganz normal, dass wenn wir für die Gerechtigkeit einstehen und das ist für ihn vor allen Dingen natürlich zunächst mal die Gerechtigkeit Gottes, wir auf Widerstand stoßen. Es ist normal, es ist gar nicht weiter verwunderlich, dass andere, die das nicht für richtig halten, drohen, uns einschüchtern und wir sollen nicht erschrecken. Wir sollen vor allen Dingen nicht denken, dass uns etwas geschieht, was eigentlich für wirklich gläubige Menschen etwas ganz Ungewöhnliches wäre. Petrus schreibt hier kein Wort davon, dass wir das Leiden, die Auseinandersetzung suchen sollen. Er schreibt kein Wort davon, dass es schön und angenehm ja normal sei, dass andere uns angreifen. Er spricht immerhin vom Leiden, es ist sehr unangenehm. Menschen möchten in Harmonie miteinander leben, im Frieden miteinander leben und da ist es unangenehm, wenn nicht nur Widerspruch kommt, wenn wir nicht in Frage gestellt werden, wenn wir nicht nur für dumm, für unglücklich gehalten werden, sondern wenn uns sogar gedroht wird. Das Interessante ist also erstens, die Auseinandersetzung mit dem Denken und Handeln anderer Menschen beinhaltet das Element des Leidens. Wer wirklich an Jesus Christus glaubt, dem, das hat Jesus uns selbst immer wieder gesagt, wird es nicht einfach besser ergehen als Jesus selbst. Hätte Jesus ein ruhiges Leben haben wollen, hätte er keine Auseinandersetzung haben wollen, hätte er nur Liebe im Sinne bringen wollen, wie es manche verstehen, hätte er einfach nur schweigen müssen. Was immer er gesagt hat und seien es die freundlichsten, die nettesten, die liebevollsten Worte, es stieß auf Widerspruch. Also alles drohen sollte nicht dazu führen, dass wir erschrecken, sondern, und das ist jetzt sehr interessant, als erstes heiligt Christ, aber Christus in euren Herzen. Das ist so ganz nach dem, was uns Pietisten, was uns Evangelikale aufs Herz geschrieben ist. Ja, und es steht hier, die erste Reaktion auf jede Auseinandersetzung ist nicht, dass wir uns auf den anderen einschießen, dass wir gewaltige Auseinandersetzungen führen. Die erste Frage ist tatsächlich immer die nach unserer ganz persönlichen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Das heißt aber auch, dass für Petrus die Gefahr besteht, dass in der Auseinandersetzung über unseren Glauben das Allerwichtigste, nämlich dass Christus unser Leben, unser Herz bestimmt und sich das in unserem Leben ausprägt, verloren geht. In der Auseinandersetzung sind wir also immer als erstes selbst in unserem Herzen gefragt, wie wir zu Gott stehen, was Jesus uns bedeutet und wie sich Jesus in unserem Leben im Alltag, im Denken, im Handeln, im Verhältnis zu anderen ausprägt. Falsch ist allerdings und ganz gegen unseren Text, wenn wir daraus den Schluss ziehen, mein Glaube, der hier unter Beschuss kommt, meine Weltanschauung, die in Frage gestellt wird, das ist eine ganz persönliche Sache meines Herzens, die eigentlich niemanden etwas angeht. Ich will keinem anderen etwas, deswegen behalte ich das für mich und werde ich angegriffen, dann ist es gar nicht nötig, dass ich dem anderen offenbare, wie es in meinem Inneren aussieht, das kann der sowieso nicht verstehen und das führt ja nur zu Streit. Petrus sagt klar, heiligt den Herrn Christus in euren Herzen, aber er sagt ebenso deutlich, welche Konsequenz das hat. Wenn Jesus Christus wirklich in dem Innersten unseres Lebens herrscht und regiert, wird es die Konsequenz haben, muss es die Konsequenz haben, dass wir auch bereit zur Verantwortung sind, dass wir bereit sind, über die Gründe zu reden, über die Hoffnung, die in uns ist. Wieder genau dasselbe, die Hoffnung in uns. Eine ganz persönliche Sache, die aber trotzdem nach außen hin begründet werden kann. Also erst hier an dritter Stelle finden wir die Apologetik. Denn es ist hier, dass nun endlich unser Wort steht. Apologia. Verantwortung. Seid bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch die Gründe fordert. Apologia, das war eigentlich die Verteidigungsrede vor Gericht. Vor Gericht gab es die Anklage und dann hatte der Verteidiger, den wir bis heute ja mit dem entsprechenden deutschen Wort genauso benennen, hatte das Recht. Der Betroffene selbst, der Angeklagte konnte reden oder sein Verteidiger. Auf jeden Fall wurde jetzt die Apologia vorgebracht. Die Gründe, warum sich jemand für zu Unrecht angeklagt hielt. Wir merken in diesem Textzusammenhang und deswegen war es auch richtig und wichtig, den Zusammenhang mitzulesen, dass das bei Petrus im Hintergrund steht. Er redet von dem, was wir heute Christenverfolgung nennen würden. Menschen, die mit dem Christsein, der hier betroffenen Menschen, nicht einverstanden waren, die ihn drohen, die sie erschrecken wollen und denen gegenüber eine Apologetik, eine Apologia notwendig ist. Das wird auch weiter unten deutlich. Habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Das ist alles aus diesem Zusammenhang, dass andere Menschen falsche Vorwürfe machen und nun eine Apologia notwendig ist. Und das Interessante ist, Petrus sagt uns nicht, was immer euch vorgeworfen wird, wie immer verzerrt dargestellt wird, was ihr glaubt. Ihr schweigt vornehm, ihr schweigt geistlich, ihr habt ja Christus in eurem Herzen, der Rest kümmert euch nicht, sondern er ist genau umgekehrter Meinung. Wenn Christus wirklich in unserem Herzen wohnt, wenn da wirklich die Hoffnung auf das ewige Leben, auf die Vergebung, auf die Gemeinschaft mit Gott ist, dann ist es völlig normal, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ihr bereit seid, dafür eine Apologia, eine Verteidigung abzugeben. Worum geht es bei dieser Verteidigung? Es heißt hier, es ist eine Antwort, eine Verantwortung für die Gründe über die Hoffnung, die in euch ist. Das bedeutet also, dass hier jemand eine Frage stellt und Petrus sagt uns, was auch immer uns für dumme Fragen gestellt werden, was auch immer uns für kritische Fragen gestellt werden, wie sehr die Frage danach riecht, dass uns jemand Übles will, dass uns jemand verleuchten will. Die Reaktion der Christen ist nicht vornehme Schweigen, sondern dass sie bereit sind, die Gründe für ihren Glauben zu benennen. Ich glaube, dass hier ein ganz wesentliches Problem liegt, warum wir mit Apologia so oft auf Kriegsfuß stehen. Den Rechenschaft ablegen, wie es etwa Luther übersetzt, kann man nur, wenn man sich vorher selber Rechenschaft abgelegt hat. Gründe benennen, für die Hoffnung, die man hat, kann man nur, wenn man die Gründe selber kennt. Wir haben uns zu oft damit begnügt, Christus im Herzen zu haben und nicht konkret zu benennen, was das denn bedeutet und welche Konsequenzen das hat. Wir haben uns zu oft damit begnügt, über Hoffnung, die in uns ist, zu sprechen und anderen Menschen nicht klarzulegen, warum wir diese Hoffnung haben, was diese Hoffnung bedeutet, welche Konsequenzen sie hat. Franzis Schäffer hat einmal gesagt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Das ist genau, was hier gemeint ist. Dumme Fragen werden sichergestellt. Fragen, die damit zu tun haben, dass Menschen unseren Glauben nicht richtig verstanden haben, ja, dass sie uns sogar vielleicht Böses wollen, das enthebt uns nicht der Aufgabe, ihnen eine gute und vernünftige und geistliche Antwort zu geben. Christen sind bereit, Rechenschaft abzulegen und das bedeutet, dass wir zunächst einmal in der Apologetik, in der Verteidigung darüber nachdenken müssen, welche Gründe wir denn selbst für das haben, was wir tun und was wir denken. Das Interessante ist, dass hier davon die Rede ist, dass es Gründe für unsere Hoffnung gibt. Logon, vernünftige Gründe, steht im Griechischen. Das heißt, wir können dem anderen nicht nur sagen, wir haben eine undefinierte, tiefe Hoffnung in uns und solange er die hat, können wir ihm da leider auch nichts näher zu sagen, die ist eben einfach irgendwie da. Sondern der christliche Glaube ist durchgängig damit verbunden, dass man diese Gründe auch benennen kann. Wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir weitergeben, dass es Errettung gibt, Erlösung gibt und die allein in Jesus Christus am Kreuz geschehen ist, dann reden wir nicht von irgendwelchen tiefen inneren Empfindungen allein, sondern dann reden wir von objektiven Tatsachen, von Gründen, über die man diskutieren kann. Das Interessante hier in unserem Text finde ich, dass Petrus andererseits, aber auch nicht einfach von irgendwelchen vernünftigen Gründen philosophischer Art redet, die mit unserem Leben nichts zu tun haben. Sondern er packt beides untrennbar zusammen. Auf der einen Seite legen wir Zeugnis ab von der Hoffnung, die in uns ist. Auf der einen Seite geht es um Christus in uns, um nicht mehr und nicht weniger. Aber gleichzeitig sollen wir deutlich machen, dass diese ganz persönliche Hoffnung, die tatsächlich nur jemand hat, der Christus in seinem Herzen hat, etwas ist, über das wir Tag und Nacht diskutieren können, die Gründe benennen können, was Hand und Fuß hat, was auf objektiven Tatsachen beruht. Und nicht einfach nur ein religiöses Gefühl ist oder sich darin erschöpft, dass, wenn wir beispielsweise stille Zeit gemacht haben, wir ruhiger in den Tag gehen, weil wir uns irgendwie auf etwas Höheres konzentriert haben. Obwohl wir in Wirklichkeit genau wissen, dass diese stille Zeit in unserem alltäglichen Leben, im Umgang mit unseren Arbeitskollegen, unserer Familie, eigentlich gar keine Konsequenzen hat. Die Gründe für unsere Hoffnung verbinden im christlichen Glauben untrennbar einerseits die objektiven Tatsachen, die man vernünftig diskutieren kann und die jeder erfahren darf, auch wenn er sie noch gar nicht glaubt. Und auf der anderen Seite, dass der Glaube an Jesus Christus das Persönlichste ist, was es gibt und diese beiden Dinge eben eine Einheit eingehen. Verteidigung des christlichen Glaubens, das ist keine Erfindung von Theologen, die nun ihren eigenen Beruf rechtfertigen müssen, ist keine Erfindung von Verlagen, denen die Buchtitel ausgegangen sind und die wissen, scharfer Kampf gegeneinander erhöht den Umsatz. Apologetik ist der ganz normale Ausfluss aus dem Wissen, dass unser Glaube nicht ein reines Gefühl ist, nichts rein Inneres ist, sondern beruht auf ganz objektiven Tatsachen. Angefangen davon, dass es tatsächlich einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, dass es tatsächlich einen Gott gibt, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist und, und, und. Hier geht es um geschichtliche, um tatsächliche Tatsachen und nicht nur um mein Empfinden darüber. Apologetik, Verantwortung, Gründe für die Hoffnung. Ich kann jeden von uns, jeden von Ihnen nur dringend empfehlen, wenn Sie sich nicht in der Lage sehen, Ihren christlichen Glauben anderen gegenüber, gerade auch wenn die Sie angreifen wollen, gediegen und vernünftig zu verteidigen, sich dann zunächst einmal selbst damit zu beschäftigen, welche Gründe es eigentlich dafür gibt. Es ist viel zu gefährlich, sich nur darauf zu verlassen, dass einen das religiöse Gefühl oder eine liebgewordene Tradition in Auseinandersetzungen wirklich durchtragen. Wir leben in einer Welt, wo wir auch als Christen ununterbrochen mit Anfragen bombardiert werden. Wir leben in einer Welt, in der das, was wir denken und glauben, jeder einzelne Bestandteil, nicht nur von irgendjemandem auf der Straße infrage gestellt wird, dem es lästig ist, darüber nachzudenken, sondern von hochintelligenten Menschen, die über ein großes Wissen verfügen und ihr ganzes Schwergewicht einsetzen, um diese Dinge zu widerlegen, die uns das Zentrum unseres Lebens sind. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Gründe kennen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage nicht, ein wirklich Gläubiger muss Professor sein. Ich sage damit nicht, dass Glaube mit Titeln einhergeht. Ich weiß auch, dass bei Paulus steht, nicht viele Weise in dieser Welt haben es begriffen. Ich weiß auch, dass Bildung, das Einflussreichsein, vieles Menschen gerade allzu oft von Gott wegbringt. Darum geht es nicht. Wenn wir von den Gründen sprechen, meine ich nicht, dass jeder zunächst eine Doktorarbeit darüber geschrieben haben muss, warum er sich bekehren möchte und sich dann bekehrt. Aber der christliche Glaube ist nicht darauf angelegt, nur aus Tradition, Gefühl, Innerlichkeit, persönlicher Überzeugung weitergegeben zu sein, sondern handfeste und diskutierbare Gründe in dieser Welt zu haben. Jesus hat einmal gesagt, ich habe nicht heimlich gesprochen, sondern was es zu wissen gibt, habe ich auf den Dächern verkündigt. Das hat er immer wieder betont. Das kann jeder wissen und jeder hören. Wir haben nichts zu verheimlichen. Wir sind keine Geheimreligion, wo Menschen Mitglied werden und dann nach einem Jahr erfahren, was eigentlich wirklich zu sagen ist. Jesus sagt, wenn einer einen Turm baut, dann rechnet er vorher durch, ob er diesen Turm überhaupt bauen kann und bezieht das auch auf die Nachfolge mit ihm. Wer ihm nachfolgen will, der soll sich vorher damit auseinandersetzen, was dafür spricht. Was dafür, was dagegen spricht und wenn er sich dafür entscheidet, auch aus voller tiefster Überzeugung und nicht nur vorschnell dafür entscheiden. Apologetik, die Auseinandersetzung um unseren Glauben, ist also etwas völlig Normales. Ja, sie ist sogar ein Gebot. Denn Petrus schreibt ja nicht, wenn euch mal nach einer gediegenen Diskussion ist, dann könnt ihr euch ja mal einmischen. Er sagt nicht, wenn ihr in einer Veranstaltung mal etwas sagen wollt, sondern er sagt, seid bereit und geht davon aus, dass es schon die anderen sind, die uns die entsprechenden Fragen stellen werden. Das kann sehr unangenehm sein. Leider sind es nicht immer die Fragen, die wir uns aussuchen würden, die die anderen stellen. Wir wünschen uns, jeder würde uns fragen, was ist der Sinn in deinem Leben? Oder uns sagen, ich habe keinen Sinn, hast du einen? Das sind sehr angenehme Fragen und da können wir gewissermaßen also fast schon abspulen, was wir da zu sagen haben. Leider stellen uns die Leute ganz andere Fragen. Sie fangen sehr gerne mit der Sexualethik an und wollen wissen, warum wir eigentlich gegen alles Mögliche da was haben und warum wir die Leute nicht in Ruhe lassen können. Das ist für uns kein besonders angenehmer Einstieg, über den christlichen Glauben zu reden. Und trotzdem, wenn sie uns danach fragen, haben sie einen Anspruch darauf, zu erfahren, wie wir dazu kommen. Haben sie einen Anspruch, nicht zu hören, es ist schon immer so gewesen und früher war es und ähnliches, sondern die Gründe zu hören, warum wir hier und heute im 21. Jahrhundert uns immer noch gerne an die Weisungen halten, die die Bibel uns für Ehe, für Sexualität, für Mann und Frausein gibt. Aber damit haben wir hier in unserem Thema bisher ja nur die Apologetik gehabt. Gut, wir haben den persönlichen Bezug hergestellt und gesagt, Apologetik ist nicht nur eine philosophische Auseinandersetzung über irgendwelche Richtigkeiten, sondern setzt immer voraus, dass das auch unser Leben persönlich bestimmt. Wir wollen über Gründe sprechen, der Hoffnung, die in uns ist. Nicht eine philosophische Diskussion über Hoffnung finden, welche Gründe man für Hoffnung an sich haben könnte, die aber weder unser Gesprächspartner hat, noch wir selbst. Wir wollen Christus in unserem Herzen heiligen, also wir wollen nicht durch eine intellektuelle Debatte von dem eigentlichen Punkt immer weiter wegkommen, dass es darum geht, was Gott in unserem Leben zu bedeuten hat. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt bei der Apologia. Und ich könnte noch biblische Beispiele anführen. Stephanus, der eine Apologia, eine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat hält. Paulus, der dreimal seine Bekehrungsgeschichte vor Richtern erzählt hat in einer Apologia. Sonst wüssten wir gar nicht, wie das mit vom Pferd fallen und ähnlichem war, weil Paulus zumindest nach den neutestamentlichen Berichten es woanders gar nicht berichtet hat. Oder denken Sie an Apostelgeschichte 17, wo Sie das ganz klassisch in der Auseinandersetzung haben. Paulus wird vor die griechischen Philosophen gerufen und steht sogar vorneweg, dass er sich fürchterlich aufgeregt hat, als er durch die Stadt ging und all diese Verwirrung und diese Götzen und alles Mögliche sah. Er war bereit, an einem Ort, wo jeder ihm gesagt hat, es ist sinnlos, hier über Gott und über Jesus zu reden, Apologia zu leisten. Auf dem Areopark, nicht zufälligerweise, auf dem Ort, wo man die Gerichts- und Verteidigungsreden in Athen hielt, stellt sich auch Paulus hin und verteidigt den Gott des Alten Testamentes, den Schöpfer des Himmels in der Erden und den Jesus Christus des Neuen Testamentes und, das sei nur so ganz nebenbei erwähnt, auch nicht unnützerweise, sondern es sind auch tatsächlich, auch wenn Paulus selber sagt, dass sowas selber vorkommt, entschuldigen, wenn ich das so salopp sage, auch ganz hohe Tiere zum Glauben gekommen, reiche Leute, und einer der Areopagiten, einer derer, die dort berufsmäßig Rechtssprachen und Apologias führten. Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Petrus, der hier nun so ja fast trommelt, dass wir auf keinen Fall den Mund halten und uns vornehm zurückziehen sollen, gleichzeitig sagt das in Sanftmut und Ehrerbietung. Beginnen wir mit der Sanftmut. Sanfte Apologetik. Wir bringen das vielleicht im ersten Moment gar nicht zusammen. Wir sagen also, okay, wir setzen uns auf die Schiene der Apologetik, aber dann gibt es eben Zoff. Das ist nun mal so. Wenn Menschen sich über ihre Weltanschauung streiten, wenn der Ausgangspunkt schon nicht so positiv ist, drohen, erschrecken, Vorwürfe, unten, in Verleumdung, naja, dann müssen wir das eben in Kauf nehmen. Aber erstaunlicherweise sagt Petrus genau das Gegenteil. Aber in Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Ich darf deswegen den sechsten Punkt da gleich auch noch hinzufügen, mal mit dem Fremdwort Ethik, dem guten Wandel, also so, wie man tatsächlich lebt. Sanftmut ist etwas, was für die Auseinandersetzung mit Menschen, die anders denken als wir, nicht nur eine Nettigkeit ist, sondern so selbstverständlich es ist, dass wir unseren Glauben verteidigen. So selbstverständlich ist es auch, dass wir es in einer Art und Weise tun, die dem Glauben nicht widerspricht. Klar, eindeutig, kein Drumrum-Gerede, kein, Entschuldigung, Gesülze, nicht der Versuch, mit vielen Worten so zu tun, als gäbe es keinen Unterschied. Aber auf der anderen Seite, wir legen es auch nicht auf Streit, auf Auseinandersetzung an. Wir drohen nicht denen, die uns gedroht haben. Wir beschimpfen nicht die, die uns beschimpfen. Wir antworten denen, die uns vielleicht verleumden, nicht indem wir sie oder andere verleumden. Samftmut, das bedeutet in der Bibel nicht, dass wir nicht zu unseren Positionen stehen. Aber die Liebe, die wir verkündigen wollen, muss auch in dem, was wir sagen, zum Ausdruck kommen. Wir können nicht von einem Gott berichten, der seine Hand nach den anderen ausstreckt und ihm dabei vermitteln, dass wir genau das Gegenteil tun. Wir können nicht von Vergebung sprechen und dem anderen vermitteln, dass ihm nicht mehr vergeben werden kann. Wir können nicht davon reden, dass in Gott alle Weisheit liegt und ihm dabei vermitteln, dass diese Weisheit bei ihm sowieso nie ankommen wird. Samftmut muss ein Kennzeichen der Apologetik sein. Das bedeutet natürlich auch umgekehrt, dass Samftmut nicht ausschließt, Dinge klar beim Namen zu nennen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. In früheren Jahren habe ich mich sehr im Lebensrecht engagiert, das tue ich heute noch, nur auf ganz andere Weise und liebte es, heiße Diskussionen darüber zu führen, ob Abtreibung nicht Mord sei. Und ich sitze im Zug mit einer Polin, die mit mir heiß diskutierte, weil sie das also vehement ablehnte und wir waren also so richtig im Gang, das ganze Abteil diskutierte irgendwo mit und ich fühlte mich so richtig gut, weil alle gegen mich waren. Das war so richtig das mutige Bekenntnis. Plötzlich sagt die Frau aus Polen eigentlich haben Sie ja völlig recht, das habe ich immer irgendwie instinktiv gewusst, als ich abgetrieben habe. Aber was mache ich denn jetzt? Ja, da saß ich nun. Ich hatte Recht, ob es nun meine Argumente waren oder was weiß ich, ich hätte Recht bekommen und war das das Ziel, das ich hatte? Oder sagen wir mal lieber, war das das einzige Ziel, was ich hatte? Nein. Um Vergebung der Sünden zu bekommen, muss man eine Sünde natürlich einsehen, aber eine Diskussion darüber, ob eine Sünde Sünde ist, ist kein Wert in sich. Die reine Tatsache, die reine Erkenntnis, dass jemand anders nun sagt, okay, ich habe ein Kind getötet, die bedeutet mir doch eigentlich gar nichts. Es geht doch um die Beziehung zu Gott dabei. Aber davon hatte ich nicht gesprochen. Das war nicht Teil der Diskussion, dass Gott jedem vergibt und dass Gott auch dieser Frau vergibt, dass Gott mich vielleicht mit dieser Frau in diesem Abteil zusammengeführt hat, nicht um eine politische Diskussion zu gewinnen, sondern um ihr deutlich zu machen, dass mit Gott immer wieder neu angefangen werden kann. Denn immerhin, Paulus war auch ein Mörder, als er zum Glauben kam. Mose hatte Menschen umgebracht, David hatte einen General umbringen lassen oder im Krieg fallen lassen. All ihnen hat Gott vergeben und sie in der Gemeinde Gottes sogar in führende Aufgaben gebracht. Damals habe ich beschlossen, wenn es irgendwie geht, nie wieder mich auf dieses Fahrwasser bringen zu lassen, dass ich nicht gleichzeitig in der Hitze der Debatte trotzdem von der Liebe Gottes, von der Vergebung Gottes spreche, warum Christus auf die Erde gekommen ist. Christus ist auf die Erde gekommen, nicht um Recht zu behalten, er hat Recht behalten. Er ist der Einzige, der nie falsch denkt, der alles weiß, denn er hat es selbst geschaffen. Und trotzdem ging es ihm nicht darum, Recht zu behalten, sondern uns Recht zu schaffen, uns Gerechtigkeit zu schenken. Das hat dann sehr viel zu tun mit Fünftens Ehrerbietung. Worum geht es dabei? Wir dürfen, auch wenn wir im Namen Gottes mit einem anderen diskutieren, nie vergessen, mit wem wir reden. Wir reden nicht mit einem Untermenschen. Wir reden nicht mit jemandem, der eigentlich nur das Gericht verdient hat und den der Einsatz nicht lohnt. Wir reden mit einem Ebenbild Gottes. Dass wir mit anderen Menschen über die Hoffnung, die in uns ist, diskutieren, uns auseinandersetzen wollen, kann nur ein einziges Ziel haben, diesem Menschen dieselbe Hoffnung zu geben. Und das setzt voraus, dass wir, ich sage es mal etwas überspitzt, kein Tier vor uns haben, niemand vor uns haben, bei dem Hopfen und Malz verloren ist, sondern es setzt voraus, dass wir ein Ebenbild Gottes vor uns haben, das wie wir Vergebung von Gott bekommen kann und dem Gott seine Hoffnung in sein Herz und in sein Leben geben kann. Es ist für uns vielleicht manchmal eine Spannung, die sich aus der Bibel ergibt, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist und gleichzeitig Sünder ja sogar in manchen Texten als dem Teufel verfallen und unter der Herrschaft des Bösen bezeichnet wird. Aber so ist es nun mal. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, er möchte mit Gott nichts zu tun haben, aber das ist gerade deswegen so tragisch, weil er Gottes Ebenbild ist und bleibt, weil er persönlich von Gott geschaffen ist und weil es für ihn nichts Besseres und nichts Wichteres gibt, als mit diesem Schöpfer wieder in Gemeinschaft zu leben. Deswegen alles, was dieser Würde und Ehrerbietung im Wege steht, kann nicht Teil der Evangelisation, der Apologetik, der Auseinandersetzung sein. Wir müssen dem Anderen im Gespräch vermitteln, dass wir auf gleicher Ebene stehen. Wenn wir im Namen Gottes sprechen, müssen wir deutlich machen, dass er ein Problem mit Gott hat, nicht mit uns. Er soll nicht vor uns auf die Knie fallen, sondern vor Gott. Er hat nicht gegen uns gesündigt, sondern gegen Gott. Nicht wir sind ärgerlich über ihn und er muss unsere Versöhnung herbeiführen, sondern es geht um die Versöhnung, die Gott in ihm schaffen will und die seinen Zorn beendet. Es geht um Frieden mit Gott, nicht um Frieden mit uns. Wer anderen in Würde und Ehre begegnet, tut das eben auch, weil er weiß, dass er nur ein Mensch ist. Wenn wir über die Hoffnung reden, die in uns ist, kann das ja nur die Hoffnung sein, die wir auf Gott setzen und auf das, was Gott getan hat. Wie kann ich dem anderen dann vermitteln, ich wäre die Hoffnung? Ich weiß, wovon ich spreche, wie leicht in der Auseinandersetzung, in der Hitze des Gefechtes man plötzlich nicht mehr davon spricht, dass Jesus die Wahrheit ist, sondern so rüberkommt, als wäre man selbst die Wahrheit oder zumindest als wüsste man in allem die Wahrheit. Können wir nicht aus Eherbietung dem anderen sagen, der zum Beispiel Professor der Biologie ist, dass auf dem Gebiet er sicher unvergleichlich viel mehr weiß als wir und trotzdem ihm die Hoffnung des Schöpfers bezeugt? Müssen wir nicht durchaus zugestehen, dass wir von allen Menschen etwas zu lernen haben und nicht behaupten müssen, von dir kann man ja gar nichts lernen, obwohl wir dann an einigen Punkten sagen, dass in Christus offenbart hat, was er in seinem Wort offenbart hat, was unser Leben geprägt hat, unaufgebbar ist? Es ist nicht die Alternative, entweder reden wir sanftmütig und ehrerbietig und bringen gar keine Inhalte mehr rüber, wir schawenzeln mit jedem nett rum und versuchen eine möglichst nette Stimmung zu haben oder aber wir begeben uns in jede Auseinandersetzung und jeder weiß, wenn er nur das Thema aufbringt, gibt es mit uns Streit. Für Petrus ist beides nicht richtig. Für Petrus gehört die Klarheit, die Bereitschaft, die Gründe zu benennen, warum wir glauben, die Bereitschaft, mit anderen zu reden und zu diskutieren, auch wenn die Situation spannunggeladen ist und die Bereitschaft, in Sanftmut und Ehrerbietung unter Beweis zu stellen, dass das, was wir gerade verkündigen, hier und jetzt auch schon unser Leben prägt, untrennbar zusammen. Und deswegen gehört hier das Sechste, die Ethik eben auch noch hinzu, habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Nirgendwo in der Bibel werden wir aufgefordert, Dinge, die wir falsch machen, gut zu reden. Im Gegenteil, es gehört zu jeder guten Apologetik, dass Christen die Dinge, die sie selbst falsch gemacht haben, auch klar bekennen. Wir wollen ja Vergebung verkündigen, wir wollen den anderen ja nicht verkündigen, wenn du wärst wie ich, wärst du sündlos und brauchtest gar keine Vergebung. Sondern wir wollen dem anderen vermitteln, ich habe Vergebung gebraucht und das ist bei jedem Menschen anders. Die Gründe, wofür er Vergebung braucht, mögen vielleicht andere sein. Können wir dem anderen nicht auch vermitteln, wie oft wir selber uns geirrt vermitteln, dass es bestimmte Themen gibt, in denen wir im Moment auch nicht so genau Bescheid wissen. Ist es denn so schlimm, dem anderen mal zu sagen, es ist ja ein bisschen peinlich, aber mit dem Thema habe ich zu vermitteln, dass sie Sünder sind. Wir haben sie mit Respekt zu behandeln. Wir haben sie zu behandeln als Menschen, die wie wir eben Bilder Gottes sind, die nicht nach dem Willen Gottes leben und allein in der Gnade, die Gott ihnen schenkt, Hoffnung haben können. Und das muss in unserem Reden, in unserem Handeln, in der ganzen Art und Weise des Wies unserer Apologetik zum Ausdruck kommen. Sanfte Apologetik das ist kein Widerspruch, sondern wenn es um den christlichen Glauben geht, die einzige Möglichkeit, die es gibt, sanft keine Apologetik zu liefern, hieße den christlichen Glauben zu verraten und so zu tun, als wenn es inhaltlich um gar nichts ginge. Aber Apologetik um ihrer Selbstwillen und die Freude am Streit, die nicht Sanftmut unter Beweis stellen kann, würde genau das in Frage stellen, was wir anderen eigentlich verkündigen wollen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Das sollen die Menschen auch mitten in der hitzigsten Debatte uns abspüren können.